Hallo Leute, willkommen in der Folge Let's Play... Sie will win 2... Vielleicht im letzten Part... Wo bist du? Sie haben sie gefunden. Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie haben sie gefunden. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Wartet. Meine Güte, Discord. Wartet kurz. Discord hat mir diesen ganzen wundercoolen Moment kaputt. Warte kurz... Wer schreibt mich denn an? Wartet. Entschuldigt, Leute. Bitte, ja. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es. Und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern sie sich, wo es begann. Erinnern sie sich an Beacon. Ja. Sie erinnern sich daran. Oh. Kein Interesse, gegen dich zu kämpfen. Die. Warte, harte. Ja, das war krass wie dein meetings. Ich hab die Scheiße satt. destora. Oh. tuned foraurada Oh, wie so richtig bad er ist. Als würde mich das aufhalten. Das Spiel ist ab 18, Leute. So, hast du abgeschlossen mit Beacon? Ach, du Scheiße! Oh, oh. Der Quadratschädel. Ist das die Kamera, wo da nicht zwei Stück sind? Hallo, wir kennen uns ja noch, ein paar Jahre her, aber wir kennen uns. Wie... Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann zur Dauer sein. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Das war's für heute. 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 cess war's für heute. Das war's für heute. Hö das war bis здесь. Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze Sie vor jedem, der Sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist meine. Myra ist krass drauf, du. Lilly ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Myra? Myra! Na, immerhin ist der schwarze Mann jetzt tot. Oh ne, dieses weiße Glibberzeug schon wieder. Myra! Myra? Hey... ... ... ... ... ... ... Ah, fah, fah, fah.